Das ist ein übergroßer Spielplatz für die Kinder vom Karl. Wir sind beim Stecher Karl, Sattler, Meister seines Zeichens. Die Bomben sind da oben. Ihr habt mir jetzt nicht dem Papa helfen oder was? Nein. Habt ihr Ferien, gell? Ja. Ja, das haben wir schon gedacht. Dann dürfen die Freimachen der Papa mal arbeiten. Und der Papa ist der Karl. Am Tegernsee sind immer liebe Zuschauer. So, und da ist er am Arbeiten. Servus Karl. Servus. Der Hund schaut auch in die Zau. Wie heißt denn der Hund? Wie heißt denn? Das ist die Sophie. Ja. Grüß dich. Servus Marian. So, jetzt gehe ich auf die Seite, dann sieht man bei dir alles besser. Was treibst du Schönes? Was machst du denn? Papierkerb muss ich machen. Das sind Papierkerb? Lederne. Das ist aber schon eine edle Variante für den Papierkerb, oder? Das ist schon was anderes, aber die heben eh weg. Und was für Leder hast du? Rindsleder. Wie lange bist du noch an sowas drüber? Alles Hand? Ja, so 7-8 Stunden, glaube ich. Ungefähr für einen. Sattler seines Zeichens. Ja. Ist das der Papa schon gewesen, der Opa schon gewesen? Der Papa, der Großvater, der Urgroßvater und noch ein paar zurück. Also ich bin die sechste Generation da. Wollt ihr das auch werden, die sechste Generation? Ja. Wollt ihr schon werden, ja. War zwar gar nicht ein anderes Thema, aber... Hast du schon mal getrassen? Also hast du schon mal was anderes gemacht? Hast du gesagt, du gehst mal weg von Gmund? Raumerstadt, da habe ich vorher gerne. Ja. So wie Frau zu Hause genommen das, weil wir früher mehr Polstern auch noch haben, aber da habe ich jetzt so viel Arbeit mit der Sattlerei, da mache ich nix mehr. Viel Arbeit mit der Sattlerei. Ist das ein Beruf, der heutzutage noch von vielen ausgeübt wird, oder bist du eine Spezies? Ja, viel sind sie nicht. Ich habe mich hauptsächlich auf Federkielstücker, habe ich mich konzentriert. Roßgeschirr mache ich eigentlich momentan nicht so viel, werde nicht viel gefragt danach. Und sonst halt da so Kiwi, Hagerrucksäcke, alles mögliche. Also Auftragsarbeiten? Nein, Auftragsarbeiten, ja. Vorrat gar nix und das sind alles Bestellungen. Auf so einen Hosentrager musst du ein Jahr lang warten, dann weißt du, wie viel Arbeit du hast. Ich bin narrisch, das geht's ja nicht. Du bist bekannt, glaube ich, so als Sattler. Also ich habe so gefragt, wie Mund am Tegern sich, dann hat jeder gesagt, zum Kordeln muss es gehen. Der Kordeln kennt man. Du musst das gut machen anscheinend. Das müssen die Leute sagen, das sage ich jetzt nicht. Erkennst du von dir deine Zeug? Also wenn du was gemacht hast, wenn das, woran erkennt man das? Woran erkennt man den Stecher? Ja, das kann ich am Neun. Also jeder, wenn ich anders, dann, naja, jeder kennt es jetzt. Ich kenne das vom Vater, was der Vater von 50 Jahren gemacht hat, das sehe ich gleich, dass das vom Vater nicht. Ja. Du hast jetzt, das ist jetzt einfach Nauen. Das ist ein Fohn. Ja, das ist ein Fohn, ja. Das ist ein Hanfgarn. Ziemlich ein starkes und da habe ich zwei Nadeln, das ist zwiegenaut. So wird die Schuhe da auch, wenn ich die Schuhe nahe und eine laufe, eine und vorgestochtet mit der Al. Was ist denn das Schwierigste eigentlich mit Materialleder? Schwierig. Schwierig ist, je feiner die Sachen sind, desto schwieriger. Ich meine jetzt beim Sticker, je feiner das ist stickt, desto schwieriger ist es jetzt. Da fangst du an, oder was? Dürf ich das in die Hand nehmen? Was ist denn das für ein Fohn, oder was ist denn das? Das sind gespaltene Pfaufedern. Das sind Pfaufedern? Dann kriegst du denn da her? Pfaufedern, ich will narrisch. Das sind die, die an der Tracht, an der Lederhosen dran sind oben, oder? Das ist wie der Hosentrager für die Lederhosen halt. Das ist das Querteil. Da kommen wir dann drüben noch hin. Stickst du frei, ohne Markierung, ohne alles? Möchtest du es kühnen mittlerweile, oder? Nein, ich muss schon alles aufzeichnen. Da du die einfasst, da muss ich noch ein Striemer und danach, wenn dann die Ornamente drin sind, die muss ich schon aufzeichnen. Da geht nichts. Dürf ich mal dein Fenster aufmachen? Nein. Dürf ich es mal aufmachen? Was hast du denn da alles, Gerdl? Was ist denn das? Geschirr, oder? Ich bediene mich jetzt einfach mal. Glocken auch noch schön. Glockenlärm, das andere hier rund. Das sind die Querteile, was du gerade gesagt hast, oder? Ja, das ist ein Alter, der hat mal gerade einen Lärm hingemacht, der ist rausgewachsen. Der ist schon 40 Jahre alt. 40 Jahre schon? Ja, 50 Jahre, den hat der Vater gemacht. Von daher ist jetzt der Bauch, glaube ich, größer geworden. Jetzt muss ich längere Lärm machen. Für mich war das jetzt keine Lederhosen, wenn ich ehrlich bin. Da ist der Bauch dann schon größer geworden jetzt. Ja, größer geworden, ja. Und das liegt seitdem da. Hat er nicht angeholt, oder was? Nein, den hat er jetzt gebracht. Den hat er von 50 Jahren anlassen. Und jetzt ist halt einfach, wenn ich zurückgenommen muss, müssen wir den linken Lärm hinmachen. Wenn du das so ausschaust, ist das nicht irgendwie so, dass man sagt, das ist schon eine schöne Geschichte eigentlich, dass sowas lang bleibt. Ja, das ist langlebig. Also wenn einer ein bisschen aufpasst und da nicht irgendwie drüber kratzt oder was. Die ganz alten Gürtel, die es gibt, die sind schon 200 Jahre alt. Also da gehört jetzt schon immer mehr Stiefen auf. Aber normal, der ist jetzt 50 Jahre alt. Jetzt fehlt überhaupt nichts. Nein, gar nicht. Für dich selber, kommst du eigentlich zu sowas, dass du für dich selber auch mal was machst? Ich meine, du kannst ja auch einen Zeitungsständer, irgendwie so einen Eimer brauchen, oder? Ja, hab ich schon. Ja, und halt den. Ja, der hat ja schon selber. Freilich, wenn er sich schon hingehackt, macht er das gleich selber. Nein, nein, nein. Dann kommst du selber gar nicht dazu, oder? Schau dir den Gürtel an. Wahnsinn. Auch Auftragsarbeit? Der geht mir nicht auch. Oh. Ich habe mich was gekriegt. Weißt du, mehr wirst du nicht schaffen in deiner Zeit, oder? Ja, ein bisschen fleißig, meine ich will ich schon nicht sehen. Sonst kriege ich. Sag mal, was ist denn das größte Talent, das du mitbringen musst? Kördl? Ja. Geduld, oder? Geduld, ja. Mein Lerner kann zwar jeder. Ich habe es auch gelernt bei meinem Vater. Der hat mich halt schon ziemlich zwiefelt, aber das hat sich rentiert. Das war streng, oder? Wahrscheinlich immer zwischen Boa und Vater, wenn du das gleiche lernt. Das war ein ganz genauer und hat super Sachen gemacht. Und der hat halt, hat mir halt das gescheit gelernt dann nachher. Was macht der Sattler noch alles? Also ich meine, du musst jetzt besondere Auftragsarbeiten, oder was hat der Sattler gemacht? Die haben mir viel rausgeschehen gepflegt. Ja. Weil so ein neuer rausgeschehen hat sich nicht überall geliehen. Und die haben mir viel gepflegt. Dann haben sie halt auch noch gepolstert, alten Matratzen aufgerichtet, Rossa-Matratzen. Und das war alles Sattler und Tapezierer hat es früher geworfen. Und dann ist es geteilt worden in zwei Berufe. Jetzt musst du überall in einer Berufung machen. Das eine ist der Raumerstatter. Der hat sich halt aufs Polstern-Bohnen liegen, tapezieren. Und Sattler, es gibt halt so Geschirrsadler. Das, was ich gelernt habe für die Leonhardi-Geschirre. Und dann gibt es halt Reitsport-Sattler, die, die mehr Reitsport-Sattel und sowas machen. Da mache ich jetzt gar nichts, einen Sättel. Aber du hast hinten ein paar Geschirrsadler. Gehen wir uns das mal anschauen. Gehen wir mal ein wenig durch. Das sind halt ein paar schon Muster-Sachen. Ja. Dann musst du deinen einmal schnell mal auf die Seite stellen. Dein teures Stück. Dann gehen wir mal schnell hinten. So, jetzt schauen wir uns an, was er sonst noch gemacht hat. Ah, da haben wir das Geschirr schon her. Ja, aber das ist, wenn ich so sagen darf, eine Sauarbeit, wa? Das ist schon sehr aufwendig, so was zu machen. Das ist jetzt ein altes Geschirr, das haben wir jetzt nicht mehr gemacht, das der Vater mal irgendwo zu kaufen gekriegt hat. Das ist eine Realität. Das habe ich mal bei der Meisterbriefung machen müssen. Das ist ja so ein Einsperren, ein Häuflinger-Geschirr. Ist das ein Meisterstück? Ja, eines davon. Ja. Und der eine? Wem macht man das? Das ist jetzt eine Leder-Sat. Da musst du einen Gürtel draus machen. Ich sag jetzt, da machst du jetzt einfach Lächern rein. Aber was machst du jetzt da draus? Du kriegst deine Kuhhaut da und dann musst du deine Räume runter schneiden. Und dann musst du halt wissen, wie du das zusammennäust. Und die Maße und alles musst du wissen. Und ja, das kannst du nicht so schnell erklären. Aber es ist auch verarbeitet, oder? Ja, verarbeitet. Du musst das Leder, du musst die Kanten brechen, du musst die Kanten versäubern, aufputzen und dann voll mit der Hand nehmen. Ja, und man muss ja auch so. Du kannst ja trotzdem in Anführungszeichen eine künstlerische Note einbringen. Also die Gestaltung, weil ich was ausschauen soll, ist ja das Wichtigste mit, oder? Jeder Sadler hat ja da selber so seinen Stil. Und das ist Geschmacksach. Die einen, die sagen, das gefällt mir von denen besser, die anderen kaufen sie bei dem anderen. Die haben bei uns die ganzen Berufsjäger offen mit denen umeinander. Und jetzt haben sie auch viel zum Wandern, weil es halt ein bisschen Gefühle ausschauen und gering sind. Das meine ich ja mit Design, weißt du, dass du ein bisschen Design auch einbringst, oder? Ja, Design erfahre ich mir jetzt nicht so. Nein, das ist ja eine alte Form. Die gibt's ja wahrscheinlich schon ein paar hundert Jahre. Die Wilder-Runde, ich freue mich. Ein Leinensaug und ein paar Rehmonien. Heute werden sie halt ein bisschen schöner gemacht. Wilder-Rundsgott. Oh, da stellt ein Galschein hin. Aber du sagst, Fährigeschi und sowas, das ist jetzt weniger, gell? Ja, jetzt momentan habe ich mich mehr auf das Federkühlstück, auf die Hosenträger. Also ein Rosengeschir macht so viel Arbeit und ich allein, da hänge ich so lange dran. Du hast ein paar Monate Arbeit, dann kostet ein Haufen Geld, ob dir das dann aber bezahlt wird. Nein, da muss ich so viele andere Kundschaften hinterlassen, die wohl eh schon ein Jahr lang warten auf einen Hosenträger. Dann vertue ich mir meine mehrere Kundschaften, als weiß ich, was ich eigentlich gewinne, wenn jetzt der Arme ist er rausgekommen. Ich habe schon was gemacht, aber die haben halt dann warten müssen. Dann habe ich es halt so nach und nach. Aber ich mache jetzt was anderes. Und wenn die Buben mal herwachsen, vielleicht ist es dann wieder anders. Weil oft vertue ich dich im Arbeiten selber, also passiert dir das nur, dass du anfängst und dann wird es nichts. Also verstechen, vernähen, verdauen, und das haut nicht hin. Ja, passiert auch, ja. Dass du schon mal ein paar Stich auftrennen musst. Wie lange machst du das jetzt schon? Wie lange mache ich das schon? Bist du ja noch jung? Ja, freundlich. Schauen Sie es uns an, das ist halt jung. Wie lange schon? 37 Jahre, oder? 37 Jahre? Warst du aber ein junger Bursch? 18 und 37. Jetzt wissen wir alle, wie alt der Kerl ist. Genau. So ungefähr, ja. Glaubst du, das kann man irgendwann mal aufhören? Oder du machst das, bis du alt und grau und genachert bist? Bis es mich umhaut da rein. Wirklich? Ja. Wenn ich gesund bleibe und arbeite ich so lange. Mein Vater hat es auch so gemacht, der war 70 Jahre lang in der Werkstatt. Zur Berufung, oder? Ja, wir haben ja die Werkstatt im Haus, es ist ja schön da rein. Also, ich komme in der Früh, ich brauche nur runtergehen, vom Kaffee trinken, bin gleich unten. Ich bin schon mit dem Schlafanzug rumgeguckt und habe noch ein paar Stich gemacht. Das Schöner kann ich es ja nicht haben. Ich muss nicht auf die Straße. Ich brauche fast kein Auto. Das ist eine Freiheit. Dafür fahren meine Frauen mehr umeinander. Irgendwann muss ich das Geld reinbringen. Oder ausgeben. Danke. So lange es geht, werkelt man. Wenn die Kinder noch anpacken, dann muss ich auch mal eine Zeit herarbeiten, bis die so weit sind. Ich wünsche dir viel Spaß dafür, dass du noch weiter sauber und gut machst. Und viel Kundschaft hast. Ja, Kundschaft. Du musst zum Schnappen aber auch noch kommen. Das war der Stecherkadel aus Gmunt am Tegernsee. Danke für die Zeit. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. So, jetzt gehen wir vom Geilweg. Da ist der Po. Jetzt hat er sich versteckt. Jetzt haben sie dich gerade gefragt. Sag noch Servus. Servus. Das ist die Nachkommenschaft. Das ist auch noch einer. So, jetzt haben wir es.